Das ist, das ist ein Zügelchen. Oh mein Gott, Alter, mein Fallschirm hat nicht funktioniert. Hilfe, Hilfe! Komm zu dir, ich komm zu dir. Oh mein Gott, ich bin, ich bin schon tot. Ich lande nicht mal gescheit, Junge. Ich lande auf diesem scheiß Dach. Mein Fallschirm wird nicht eingesetzt. Ich falle zu Tode, Alter. Liegt einfach auf dem Boden, so verletzt sich. Rufen nach Hilfe, da kommt Nico zwei Stunden später. Willst du, dass ich auch sterbe? Ja, wenn ich in die Hölle gehe, dann kommst du mit. Wir lassen den Zwergen zuerst. Kinder zuerst. Wir lassen den Zwerg zuerst. Kinder und Frauen zuerst. Ja, Digga, wir lassen den Mark Zuckerberg, den Roboter, zuerst, Alter. Ich bin wichtiger. Soll ich das speichern? Warte mal, ich speicher den Clip, ich nehme das auf. Nico, ich bräuchte mal später von dir ein Bild von deinem Gesicht. Wenn ich Mark Zuckerberg erwähne, muss ich da ein Bild reinklatschen, Alter. Ja, 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 ich kipp dir ein Bild, ich kipp dir ein Bild. Ich will ihn, ich will ihn gerade holen, aber mein Ping ist zu schlimm. Ne, äh, Quatsch. Achso. Ich bin ein Kina-Patron. Was war das? Ja, harte mal wer. Scheiße. Ich bin dran. Nico, halt mal raus. Fenster, 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 Fenster. Bleib dir im Haus. Bei mir. Okay, direkt unter dir am Fenster. Pushy, 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 pushy. Gut, ich guck mal zu. Da ist er, da ist er, da ist er. Digga, dein AIM. Junge. Oh mein Gott, Niel. Nico, Nico, nein, bitte. Sag mich, dass du das verkackst, Digga. Renn rein, renn rein, renn rein. Digga, warum platzierst du jetzt Schild? Ich wollte platzieren. Digga, was hast du da gemacht? Dein AIM. Ich wusste nicht, was das für eine Waffe ist. Ich kannte die nicht. Der war vor dir. Der war vor dir mit seinem Rücken. Ich kannte die Waffe nicht. Hast du es gerade gehört? Dein AIM. Oh mein Gott, Nico. Du hast halt so einen Schuss. Du hast so einen Willkör, Junge. Ich hab das nicht hingekommen. Wieso bist du nicht näher lang gegangen? Du schießt doch von der Entfernung von 100 Metern mit einem Dreckswaffel, die so einen scheiß Rückstoß hat. Das ist so lustig. Ist da jemand? Nico, Typen. Wo? Bei mir ist ein Typen. Ja, ja, da hinten auch. Ich hab ungedau... Nein, da ist noch einer. Ich geh mal zu dem anderen Typen drüber. Ich seh ihn. Gut gemacht. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Ich hab eine Tötung. Ja, ist einmal ein Scheiß. Ich hab eine Tötung. Ich habe eine Tötung errungen. Der Typ ist da. Mein Herr. Ich habe eine Tötung errungen. Ich bin dicht, Alter. Ich bin zwar manchmal dicht, aber nicht als dichter. Oh scheiße, wer ist da? Alter gestorben. Ich, an fucking Montyp. Der Typ. Wo ich gesagt hab, er ist da. Hulking euch. Ich hab 60 Mal gesagt, Leute, ich brauch Unterstützung. Mann, er ist einfach nur so. Oh scheiße, vom Fenster, Fenster, Fenster. Stirb, stirb, stirb. Ich sterb doch nicht mehr. Ah, warte, ich kann eine Panzerplatte ausgerüstet. So, ich hab eine Panzerplatte ausgerüstet. Ich bin jetzt ein Panzer. Ich hab gewonnen. Sehr gut. Ich komm, 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 komm. Oh, ich komm. Die geiles Maul. Da kommt noch los hin, Alter. Genau. Der muss in sich mir nur vor schreien, Alter. Der muss es genießen. Der muss während einem Modern Warfare Match. Ja? Nico. Was dagegen? Nico, ey. Ja. Ist da am Fenster, wo ich markiert hab. Pass auf. Warte mal, Nico, Nico, gib mir Deckungsfeuer. Ach, Digga, du rennst einfach weg, Junge. Ich sag dir, gib mir Deckungsfeuer, wenn ich vorbeilauf. Fick ich. Ich wirf da jetzt eine Gasgranate rein. Ja, du und dein Gasgranate, ich putz dir ins Gesicht, Alter, das ist genug Gas für dich. Ich vergaß diesen Scheiß, Jude. Ja, er ist Jude. Ich putz dir ins Gesicht, das ist genug Gas für dich. Ich kann gerne mal meine kleine RPG auspacken und sie dir... Okay, ne, warte. Wenn du willst, kann ich dir meinen kleinen Cock zeigen. Boah, Digga, du bist mal wieder so fast voll wie der Ende auf Romo, Digga. Ach, nein, das ist ein Auto. Ich fahr. Wer hat eigentlich gedacht, dass es eine gute Idee ist, äh, Moritz fahren zu lassen? Digga, ich. Deswegen hab ich gesagt, dass ich fahr. Dieses Auto hört sich an wie ein Rasenmäher. Oh ja, so hört sich meine Zahnbürste an wie das Auto. So hört sich der Vibrator meiner Freundin an. So hört sich mein Vibrator, man hört euch an. Oh, meines Vaters? Was hast du gerade meines Vaters gesagt? Das musste klicken. Zumindest, zumindest war ich ein bisschen vernünftig. Ich hab meine Freundin gesagt, ich meines Vaters, Digga. Ich wollte es nicht, ich wollte es nach, wie du klickst. Der Vibrator sei nicht deine, oder Moritz? Moritz, bitte klick das. Das ist zu legendär, um es in Ruhe zu lassen. And I'll see you again. See you again. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.